Für Schloss gesucht, eigentlich umgekehrt, Schloss sucht Boss. Müsste es nicht eigentlich heißen Bossin oder ist es eigentlich ein neutraler Begriff? Weil meistens sind es ja doch Königinnen mittlerweile. Ich glaube, es ist 100 Jahre alt und ich hätte zuhause von Hausabreich und Hausabreich und Hausabreich ist nicht warm. Wollen Sie mir an die Farbe aufbauen? Ja, ich habe nur einen blauen Schloss. Wir haben auch Grüne. Allen anderen sei doch mal gesagt, wir verschenken für ein Wochenende ein Schloss in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Wir wissen selbst noch nicht genau, welches Schloss es denn sein wird.